Ey, jo Leute, was geht ab? Wieder mal Micros One und wieder mal Midboy. Ihr kennt die Laie mittlerweile. Und ja, es gibt wieder eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich muss gleich arbeiten und ich hab irgendwie gar keine Lust. Und es nervt mich. Und ich dachte, ich muss mich dann irgendwie ablenken. Und ich dachte, hm, was gibt's jetzt, was mich ablenken könnte, wenn mich meine Arbeit nervt? Ich spiele am besten ein Spiel, was mich noch mehr nervt wie meine Arbeit. Und da kommt bloß eins in Frage und das ist Meat Boy. Das einzige Spiel, was mich so zum Kotzen bringt, äh, bringen kann. Also das ist, äh, ungeschlagen. Und, äh, das passt. So, also, jetzt, äh, wisst ihr Bescheid. Wir spielen jetzt eine Runde Meat Boy. Und, äh, wir haben wieder das Problem, dass ich keine Ahnung hab, was ich spielen kann. Ja, ich klicke mich einfach mal bis ganz hinten durch. Wir werden schon was finden. Ähm, la 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 la. La 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 la. La 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 la, bam, 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 bam. Ja, ich muss mich dran erinnern jetzt, weil ich vieles davon schon in Staffel 1 gemacht habe. Und ich will ja nichts doppelt machen. Deswegen, muss ich mal genau hingucken. Was ich noch nicht gemacht habe, weil ich weiß, ganz ehrlich gesagt, nicht so ganz. Aber dann werden wir schon irgendwie, äh, Neon Boy. Naja. Skyship Preview. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal gemacht habe. Machen wir das mal. Skyship Preview. Oh, bitches. Und dann wollen wir mal gucken. So, mach hinne. Okay. Ach, Starship. Skyship Preview. Auf geht's. 14 Evel. Ja, das ist doch eine coole Länge. Ich hoffe, das habe ich noch nicht gemacht. Wenn doch, dann bin ich tot. Was? Na, egal. Alter, ihr Viecher. Geht! Weg! Ha, wie geschickt ich dem gerade ausgewischt bin. Bin ja selbst von mir überrascht, wie gut es geklappt hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm. Gut. Da war nix. Komm. Dankeschön. Oh mein Gott. Was für ein Sprung. Oh, ich habe es geschafft. Yeah. Bis jetzt läuft die Sache. Okay, jetzt nicht mehr. Irgendwoher kenne ich diese Level. Ich weiß nicht, woher. Aber irgendwas sagt mir, ich kenne das Ganze. Und ich kriege den Schlüssel nicht. Damn. Geht doch. Okay. Äh. Okay. Oh mein Gott. Uhuhu. Geschafft. Ey, es läuft erstaunlich gut bis jetzt. Das ist ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Oh, tot. Okay. Oh Gott, ich war noch nie gut in diesen... Diei, ei, 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 ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war noch nie gut in diesen... diesen... teilen hier. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Nein. Nein. Ähm. Ah, ich hasse diese... Diese Teile. Die sind so doof. Ähm. Ähm. Oh, ich hasse diese Scheiße so sehr. So sehr. So sehr. Bär. Was? Soße? Ja. Soße. Bär. Was? Keine Ahnung, was ich erzähle. Holy moly. I did it. Doch, es läuft gut. Es läuft ganz gut. Doch, kann man sich... Huch, das war der Tod. Oh nein, bleib hier. Das ist ohne mich losgefahren. Was soll das? Okay. Nein. Fucking holy shit. Ui. Das wollte ich nicht. Okay. Okay. Oh, klar. Das konnte man doch jetzt ahnen, ne? Dass das passieren wird. Unfair. Okay. Bleib ich halt hier stehen. Warte, bis ich diese Scheißsägen... Äh. Äh. Hä? Ja, toll. Tolle Geschichte. Erzähl mir mehr davon. Okay. Neuer Plan. New Plan. I have a new idea. Und zwar die... Geh hoch, bevor die Sägen kommen. Idee. Haha, die Idee war gut. Ich liebe meine Idee. Okay. What is this? Geh hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht sehr freundlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. ich will zu dir du bist du mal ich bin tot als er schießt mal viel anderes wie geht's hier lang oh mein gott scheiße dieses level ich sehe es schon kommen oh gott ich hasse es jetzt gerade eben gemacht oh ich hasse es so sehr gut das kann jetzt wieder länger dauern wie ich mich kenne man kann sich schon darauf freuen dass dieses dieser part länger dauert ok auch komm schon doof wie soll man darüber kommen dann scheiß nett noch mal hier ach gott wie ich diese geschütztürme hasse sie sind so abgrundtief behindert ja hier toll toll ich hasse sie so dermaß es ist unglaublich dieser hass der in mir wohnt ach leck mich ach so die ich verstehe die schütztürme müssen die aufschießen nicht macht die auf so ist das also sehe ich jetzt erst ok 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 das macht jetzt nicht gerade einfacher aber ich habe es verstanden oh gott im himmel das kann länger dauern jetzt doch ehrlich für jeden der keine lust mehr hat mir zu sehen ich kann es verstehen ich habe so angst ok wie komme ich jetzt darüber ohne dass ich kaputt gehe ach verdammte scheiße aha aha ja die idee ist aber eigentlich gar nicht schlecht wie ich so mache ich gehe erst da hin spring dann da rüber und da rein die idee so weit gar nicht so verkehrt und dann sterbe ich ok uh 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 I did it. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Oh Gott, ich bin so... Ich bin so genervt. Okay, Moment. Ah, scheiß Ding da oben. Nervt doch andere. Okay. Ach. Ach. Bleh. Komm ich da ganz rüber? Nein, oder? Man muss ich noch ein paar Mal probieren. Doch, es geht. Also muss ich auch... Ne, da komme ich nicht so rüber. Hier muss ich zwei Steps machen. Okay. Oh mein Gott. Ja, das war gekonnt. Das war helldenhaft. Ay caramba! Und so. In der Art. Oh meine Fresse. Oh my fucking phrase. Oh scheiße. Oh, dieses Geschütz-Türmische geht mir auf den Sack. So sehr. Oh, ich will das Teil mitnehmen. Das ist doch so cool. Ohui. So. Ach. Am Anfang hat es so schön geklappt. Und jetzt so eine Kacke. Nee. Nee. Ganz... Oh. Nee. Nee. Juhu. Okay. Da unten sind Geschütz-Türme. Ja, ich glaube, euch geht es so gut. Ah. Klar. Ihr seid doch voll bekloppt. Ach. Ah. Jetzt packe ich schon nicht mal da rüber zu springen. Das ist helldenhaft. Das ist phänomenal. Danke. Warum packe ich das jetzt nicht mehr? Komm schon, Meat Boy. Danke. Nein. Tod. Uhre. Ernsthaft. Das stört. Ah. Fuck. Fuck it. Ja, klar. Ja, klar. Kill. Oh. Oh, ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich werde es immer hassen. Okay. Ähm. Hm. Ja, ich muss mir mal einen Plan machen. Ja, das war ein scheiß Plan. Gebe ich zu, das war ein beschissener Plan. Oh, der Plan war, holy good. So. Ja, dass die ganze Sache noch irgendeinen Haken hat, das war klar. Äh. Moment. Wenn ich ganz in der Mitte stehe. So. Dürfte mir eigentlich nichts passieren. Doch. Okay. Wo passiert mir dann nichts? Hier? Ja. Vorerst mal. Und dann muss ich... Okay. Hihihihi. Geht weg. Ernsthaft. Und dann kommt die Säge. Oh mein Gott. Hey. Was soll das? Das wird doch hier gestatten. Hey, warum trifft es mich jetzt? Okay. Gut. Ich kann hier stehen bleiben. Und jetzt kommen die Geschütztürme. Jetzt muss ich quasi rennen. Nenn. Hin. Und her. Und jetzt kommt das Ding. Und die. Was? Was zur Hölle? Was war das? Wo kam das her? Warum existiert es? Oh mein Gott. Okay. Wie soll ich denn bitte schön mit ausweichen? Okay. Moment. Da oben erwischt es mich glaube ich nicht. Äh. Moment. So. Oh mein Gott. 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 Was muss ich denn machen? Ich habe keine Ahnung was ich machen muss. Ich glaube ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine Scheiße. Oh mein Gott. Äh. Äh. Okay. 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 Warum geht das nicht? Geht doch. Jetzt muss ich wieder hoch. Oh. Das war so klar. Holy. Geh doch kaputt. Danke. Scheiß auf das Bandage. Ich will doch bloß leben. Jetzt muss ich bloß nochmal runterkommen. Dann habe ich es geschafft. Komm. Nein. Warum. Fucking Ding. Wie ist der Plan bei dem Teil hier? Ich brauche einen Plan. Einfach rein. Und warten bis es mich hoch drückt. Ja doch. Das klappt sogar. Okay. Plan in der Tasche. Ach du Rotzdingens. Ernsthaft. Ja. Schieß mir doch ins Gesicht. Komm vorbei. Und ja. Egal. Was machst du? Keine Ahnung was das war. Das war ein. Ein Want. Want Glied. Or something else. Ach. Geh doch nicht in mir kaputt. Spreng doch was anderes kaputt. Du musst mich nicht immer töten. Really. Not. So. Eins. Oh Gott. So. Jetzt muss ich eigentlich quasi nur mal das gleiche machen wie gerade eben. Runterspringen. Mehr. Nicht. Ist klar. Na. Ja. Wenn ich so. Ach komm. Das ist doch. Das ist doch. Doch. Pff. Ich hasse es. Ja. Schleudere mich doch ins Aus. Mann. Das Level ist nicht schwer. Und ich kacke ab. Weil ich. Weiß nicht warum. Weil. Weil. Fick dich. Krotzding. Ich wusste es. Das Spiel regt mich wieder auf. Ja. Ich habe auch schon vergessen. Quasi so halbwegs. Sagen wir es jetzt gleich arbeiten muss. Es hilft. Also. Es ist eine Ablenkung. Es regt mich auf. Also. Ich. Ich will eigentlich gar nicht mehr spielen. Ich würde jetzt gerne arbeiten gehen. Dieses Spiel. Dieses verdammte Spiel. Oh. I did it. Where am I? Here. Where am I? Ay caramba. Hihi. Gut. Das ist aber jetzt nicht so schwer. Komm. Ja. Gut. Lass mal ein bisschen mehr Zeit. So. So. Nee. Achso. Okay. Voll idea. Okay. Trotzdem idea. Ja. Die Idee ist nicht. Rennen in die nächstbeste Säge. Verdammt. Ach. Spring doch. Verdammt. Ja. Gut. Boah. Ach. Spring doch. Spring doch. Verdammt. 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 Der Drecks. Boy. Also so eine einfache Stelle und ich fail rum. Er will aber auch nicht springen. Wenn ich sage spring doch da drüber. Fuck. Fucking scheiß Boy. Danke. Ja. Ja. Klar. Jetzt springt er da rein. Ich hasse dich. Ja. Cool. Oh. Diese Level. Quälend. Quälende Tötungsmaschinen. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Fuck it. Fuck it. Was ist das für ein Müll? Okay. Okay. Kommt. Das ist jetzt echt nicht so schwer. Ich gebe es nicht schwer. Ich gebe es nicht. Es war nicht schwer. mehr. Fuck you. Fuck you. Ich verzweifle. Ich werde nie wieder das Spiel spielen nach dieser Staffel. Das verspreche ich euch. Komm. Fuck you. Ich reg mich auf. Ich reg mich tierisch auf über dieses Spiel. Und jetzt aber. Komm schon, Mann. Fuck you, Mann. Das gibt es doch nicht, dass ich... Boah. Ich kriege ein einfacher Sprung nicht hin. Ja, komm. Ist klar. So, jetzt aber mal ganz in Ruhe die ganze Sache hier überblicken. Ich könnte jetzt quasi springen können. Ich spring einfach mal unten durch. Die ganz stupide Art und Weise. Und es klappt. Und ich... Ja. Oh mein Gott. Was sind das für Sprünge bitte? Oh mein Gott. Ey, spring doch. Meat Boy, spring. Oh Gott. Wer überlegt sich solche verdammte Läffel? Ja, Meat Boy, du musst auch springen. Nein. Ah, Gang. Gott. Fuck you. Ich war doch schon am Ziel. So ein Müll. Ja, fick dich. Dieser letzte Sprung. Warum kriege ich da nicht gebacken? Ich weiß nicht, warum ich da nicht gebacken kriege. Was zur Scheiße nochmal ist das hier? Es zieht mich an. Hä? Okay. Ist cool. Aber das ist eigentlich gar nicht cool. Das regt mich jetzt schon auf. Was zur Scheiße nochmal ist das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Was dieser Kacke hier vor mir will. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wie soll ich... Das packe ich jetzt. Das packe ich doch nie im Leben. Leute, wie zur Hölle. Wie zur Hölle. Hä? Ich muss das mal ganz kurz hier überblicken. Wie ich das machen soll da auf der anderen Seite. Ich soll quasi reinspringen? Hä? Also das checke ich jetzt nicht. Nee, das checke ich jetzt ehrlich nicht. Sorry. Das ist jetzt ein Löffel zu hoch für mich hier. Wer überlegt sich so einen Scheiß? Wer überlegt sich so einen Scheiß? Fick dich. Das ist doch unmöglich. Holy shit. Das ist doch kacke. Aber allem Respekt hier. Das ist doch... Das ist doch Müll. Ich habe null Plan, wie das hier funktionieren soll mit dem Ding. Ja, klar. Nimm mich doch gleich mit nach unten. Super Idee. Drecks Dingens. Moment. Moment. Idea. Oh, ho. Oh, I have a fucking idea. Ja, komm. Das dürfte sogar klappen, was ich hier vorhabe. Ich habe nicht gewusst, dass da hinten dran eine Wand kommt. Das einfacht die ganze Sache natürlich schon einiges. Ich muss mich quasi bloß einmal mitnehmen lassen von der Säge. Also von dem Teil Dingens. Ah, verdammt. Ein bisschen höher. Okay. Gut. Ich hoffe, das Level ist danach vorbei. Alles andere würde mich extremst... Und so machen. Aber was war das jetzt? Fuck you. Ich muss weiter unten abspringen. Das ist der Plan jetzt einfach mal. Scheiße. Ich muss mich... Moment. Momimento. Oh, meine Fresse. Oh, meine Freise. Ist das ein Scheiße. Äh, was mache ich denn? Ha. 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 I did it. Oh, meine Fresse. Da ist ein Schlüssel und ein Geschützt-Tür. Oh, toll Welch wundervolle Idee Hier Geschütztürme hinzubauen und einen Schlüssel Ich kann mich kaum halten Es sind gar noch drei Ich finde es immer toller Da komme ich schon mal an Schlüssel 1 Okay, da kommen wir mal als Sägen und Geschütztürmchen Okay Okay Was nun? Was nun? Ich habe keinen Plan Ich habe keine Idee Ach, da oben ist noch ein Schlüssel, ich sehe es gerade Ich sehe ihn gerade, ist ja toll Wie soll ich an den drankommen? Bitte schön Ja, spring doch da hoch, meine Fresse, Meatball Bitte, mach doch Er will nicht Er kann auch nicht so vor, dass er will Er will nicht Oh mein Gott Und wie soll ich dann bitte da hoch Es sind drei Ach, da ist ganz oben der letzte Schlüssel Und wie soll ich bitte schön Meine Fresse, das Level ist jetzt schon Schlimm Es ist witzig Ich kriege mich nicht mehr Okay, ich muss den Schlüssel quasi gleich mitnehmen Oh, meine Fresse Nein Oh, es ist eine verhurte Kacke Aber so richtig in die Fresse Kriege ich mich nimmer Das ist schon ohne Geschütztürm Äh, Turm ist es schon, äh, schwierig Nein, da muss man noch zwei Geschütztürme in die Fäckige Welt Schieß mir doch in die Fresse, du Hurensohn Sorry für die Ausdrucksweise Aber ich bin schon wieder genervt Ja, oh, Meatball, du bist so doof Spring Na Spring Ich muss auf die Uhr gucken Ich muss auch gleich auf die Arbeit Also von daher Ich hab nicht erwartet, dass es so lang dauern wird Oh, meine Fresse Bitte, Geschütztürm, schieß mich nicht ab Danke Oh, meine Fresse Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Skyship Breathe you Fuck you Yeah Ah, Gott im Himmel Das war anstrengend Aber I did it I did it So, dann würde ich sagen Hat Spaß gemacht Ich geh jetzt auf die Arbeit Ich freu mich richtig auf die Arbeit Ah, dieses Spiel Okay, bis zum nächsten Mal Ich wünsche euch alles Gute Peace Peace Bis zum nächsten Mal